Ja, seid gegrüßt. Ich unterhalte mich heute mit Marlon Borchers über den Kapitalismus bzw. was dieses Wirtschaftssystem für uns in Zukunft bereitet. Zuerst einmal, was ist eigentlich Kapitalismus? Marlon wird euch gleich eine Definition liefern. Genau. Also der Kapitalismus ist grundlegend erst einmal ein System, welches darauf beruht oder darauf abzielt, aus Geld mehr Geld zu machen, in dem investiert wird in beispielsweise einen Produktionsstandort von einem Kapitalisten oder Unternehmer, wie man es auch nennen möchte. Und das Ziel von dieser Person ist es dann eben, aus dem eingesetzten Kapital mehr rauszubekommen, als man investiert hat. Es gibt da auch eine kleine Formel, die heißt GWG Strich, also Geld, Ware Geld Strich. Das Geld, was man am Anfang investiert, in eine Ware, daraus möchte man mehr Geld bekommen und dieses Mehrgeld dafür steht am Ende dieser Strich. Warum ist es denn so, dass wir im Kapitalismus einen Wachstumszwang haben? Nun ja, im Prinzip agieren ja alle Marktteilnehmer, alle Unternehmer eben nach diesem Prinzip. Denn man möchte natürlich seine Produktion ausweiten, um eben die Profite auch zu maximieren, zumindest im Großen und Ganzen. Es gibt Einzelfälle, da ist es dann vielleicht nicht so, da gibt es künstliche Verknappungen, sorgt auch dafür, dass man die Profite ausweiten kann. Aber im Großen und Ganzen investiert man ja, um am Ende mehr zu bekommen, um die Marktanteile auszubauen. Wenn jetzt aber ich als Unternehmer sage, ich habe da keine Lust drauf, ich investiere nicht oder ich versuche nicht, meine Produktion auszuweiten, um mehr Marktanteile zu bekommen, dann wird es aber mein Konkurrent machen. Mein Konkurrent wird genau das tun, dadurch mehr Marktanteile bekommen und mich langfristig vom Markt dann eben auch verdrängen. Ja, das war ja schon mal ein guter Einstieg. Aber du hast gerade gesagt, dass ein Kapitalist Geld investiert, um daraus mehr Geld zu machen. Was unterscheidet den Kapitalismus dann aber beispielsweise von der römischen Sklavenhaltergesellschaft? Dort hat ein Sklavenbesitzer sich ja Sklaven gekauft, um aus dem Geld, was er in sie investiert hat, mehr Geld zu machen. Beziehungsweise er hat sich neue Grundstücke gekauft, um dort Plantagen einzurichten und dort die Sklaven arbeiten zu lassen. Also was unterscheidet die Sklavenhaltergesellschaft beispielsweise jetzt vom Kapitalismus? Was ist die Besonderheit des Kapitalismus? Ja, im Kapitalismus ist es ja so, dass wir alle für einen Lohn arbeiten und das ja mehr oder weniger freiwillig tun. Natürlich sind wir durch systemische Logik nie auch dazu gezwungen, ansonsten haben wir Probleme. Aber in der Sklavenhaltergesellschaft beispielsweise der römischen Antike, da war es ja so, dass man durch Feldzüge die Leute einfach gegen ihren Willen versklavt hat und die dann dazu gezwungen hat, durch Zwang auf diesen Plantagen, auf den Farmen zu arbeiten. Das heißt, das haben wir ja so nicht gehabt damals. Also das ist der Unterschied zwischen heute und damals. Genau. Im Kapitalismus gibt es Mehrwertaneignungen durch freie Lohnarbeiter. In der Sklavenhaltergesellschaft passierte Mehrarbeit halt durch die direkten Zwang. Das ist der Unterschied vom Kapitalismus im Gegensatz zu anderen Systemen. Weil du ja eben gerade schon über die Mehrwertaneignung gesprochen hast, habe ich mir jetzt mal spontan gedacht, ich tausche zwei Dinge durch und zwar, lass uns doch mal über Ausbeutung reden. Also ich finde immer, dass man Ausbeutung ganz einfach erklären kann, indem man sagt, man hat eine Arbeitsleistung, man leistet etwas, aber bekommt nicht den Lohn als Gegenstück für das, was man eigentlich erarbeitet hat. Ich sage mal, ich produziere in einer Stunde Waren im Wert von 100 Euro, bekomme aber am Ende einen Lohn von 25 Euro, jetzt einfach mal so hingestellt. Dann gibt es ja natürlich eine Differenz dazwischen. Und der Gewinn des Unternehmers, also diese Mehrwert, die ich schaffe, die gehen dann ja eben nicht vollkommen in meine Tasche, sondern auch in die Tasche eben des Unternehmens, des Unternehmers. Und der erzielt so sein Profit auf unseren Kosten. Hast du da vielleicht noch irgendwie was zu auszuführen? Nö, eigentlich nicht. Dieser Profit, den der Unternehmer macht, das ist ja dann ein Anreiz, um wieder zu investieren. Also das ist ja diese systemische Logik. Unternehmer investieren, damit sie eben Profit machen. Genau. Also das ist... Ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man mal ansprechen sollte, dass man jetzt nicht sich hinstellen, ja, sich nicht hinstellen sollte und sagt, die Unternehmer, das sind die Bösen, die sind des Teufels oder ähnliches. Nein, die sind ja gezwungen durch eben diese Systemlogik genauso zu handeln. Denn wenn sie so nicht handeln würden, dann würden sie vom Markt wiederum verschwinden. Und da finde ich auch diese moralistische Kritik, die ja in Teilen vor allem auch in Form rechter Kapitalismuskritik bisweilen geäußert wird, nicht zielführend, weil man die systemischen Logiken dahinter ja eigentlich gar nicht angreift, sondern auf so einer moralischen Ebene verharrt. Ja, aber das ist eher ein Randphänomen, würde ich sagen. Also was wesentlich relevanter ist, ist, dass Unternehmer ja eigentlich investieren sollten, um in Zukunft mehr Geld zu haben. Doch das passiert netto, also volkswirtschaftlich gesehen insgesamt in den letzten zehn Jahren in fast allen Industrieländern überhaupt nicht mehr. Die Unternehmen investieren netto betrachtet nicht mehr, sondern sie sparen. Das heißt, sie legen mehr Geld zurück, als sie ausgeben. Früher in der Wirtschaftswunderzeit haben sich, also von den 50ern bis in die 70er Jahre, haben sich die Unternehmen so verschuldet, dass das Sparvolumen der privaten Haushalte ausgeglichen wurde und sich die Staaten nur sehr wenig, beziehungsweise überhaupt nicht verschulden mussten. Und das hat sich umgedreht. Die Unternehmen investieren im Moment nicht mehr, sie sind netto Sparer geworden. Das ist eine ganz neue Entwicklung im Kapitalismus. Was sagst du denn dazu? Laufen wir auf einen anderen Kapitalismus hin oder ist das nur eine vorübergehende Phase? Ich würde da gerne einen Schritt nochmal hingehen und sagen, dass man dadurch ja die Staatsverschuldung auch der heutigen Zeit eben erklären kann, wie du ja ausgeführt hast. Die, die eigentlich Schuldner waren, die die Unternehmen, weil sie investiert haben, sind heute Sparer. Da muss man sich natürlich fragen, wenn die Einnahmen des einen, die Ausgaben aber des anderen sind, dann muss sich ja irgendjemand volkswirtschaftlich verschulden. Wir sind jetzt ja die letzten Jahre in der Merkel-Zeit vor allem den Weg gegangen, dass sich das Ausland bei uns verschuldet hat. Und dann haben wir ja immer den Zeigefinger gehoben, oh, die Bösen aus Südeuropa, die verschulden sich immer. Wir sind ja aber die Guten, wir sparen. Auch wieder so dieses Moralistische so ein bisschen. Aber am Ende, es können nicht alle sparen. Das funktioniert nicht, sonst funktioniert diese Wirtschaft ja gar nicht. Wir haben uns das ja global angucken. Also, dass Deutschland aktuell das Ausland zum Netto-Schuldner gemacht hat, das stimmt ja. Aber global gesehen gibt es ja kein Ausland. Global gesehen gibt es ja niemanden, der... Also, wir können uns ja nicht bei der Mars oder bei der Venus verschulden. Das bedeutet, global gesehen müssen sich die Staaten insgesamt immer weiter verschulden, damit die Wirtschaft nicht schrumpft. Und da sind wir wieder bei diesem systemischen Wachstumszwang. Wenn die Unternehmen keine wachsenden Gewinne erwarten, beziehungsweise keine wachsende Nachfrage, dann investieren sie nicht mehr und dann sinkt die Gesamtnachfrage. Das heißt, das System, das neigt, wenn es nicht wächst, sehr schnell dazu zu schrumpfen. Und das ist ein Problem, was nur durch den Staat, nur durch Staatsverschuldung, die eben die Netto-Sparer-Position der Unternehmen ausgleicht, behoben werden kann. Genau, das ist ja so ein bisschen, wenn man es sagen möchte, so der Ist-Zustand. Und für Staaten wie Deutschland oder die Europäische Union, generell den Westen jetzt einfach mal genannt, die USA ebenfalls, ist das ja machbar. Aber wenn wir uns mal angucken, dass wir im globalen Süden, ich habe die Zahl leider gerade nicht mehr im Kopf, aber extrem viele Staaten in einer kritischen Verschuldungssituation sind, dann stellt sich natürlich die Frage, ja, wie soll denn das langfristig so eigentlich global gesehen weiter funktionieren? Da sieht man ja auch wieder, wir hatten letztes Mal schon drüber gesprochen, dass sich dadurch ja auch gewisse neokolonialistische Abhängigkeiten wiederentwickeln. Aber gut, da driftet man jetzt wahrscheinlich ein bisschen ab. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich sehe nicht, dass sich das jetzt in naher Zukunft irgendwie großartig ändern wird. Also auf der einen Seite gibt es natürlich Politiker wie Lindner, die sagen, der Staat darf sich nicht weiter verschulden. Aber es ist ja so, dass sich der Staat eher weiter verschuldet, um das Ganze eben stabilisieren zu können. Und ich sehe auch nicht, vielleicht hast du andere Zahlen oder andere Informationen, dass die Unternehmen jetzt irgendwie großartig mit super Investitionen daherkommen und sich das Ganze in den nächsten fünf bis zehn Jahren umkehren wird. Also ich sehe das zumindest nicht. Nee, ganz und gar nicht. Und ich kann bezüglich dieser Netto-Sparer-Position, die die Unternehmen wirklich durchgängig in fast allen Industrieländern aufgenommen haben, nochmal dieses kleine Büchlein hier empfehlen, was ich letztens schon mal gezeigt hatte, der neue Atlas der Weltwirtschaft. Da wird das wirklich anhand zahlreicher Statistiken empirisch belegt. Das bedeutet, dass das in den Industrieländern auf jeden Fall so ist und dass es auch keine Tendenz gibt, dass sich das ändern würde, das ist ziemlich klar. Aber was folgt jetzt daraus? Wird jetzt die Rolle des Staates im Kapitalismus damit immer bedeutender? Nimmt der Staatsanteil an der Wirtschaft immer weiter zu? Und ja, was bedeutet das für den Kapitalismus? Also ich kann mir zumindest auf eine kurz- bis mittelfristige Distanz, also wenn wir uns jetzt mal fünf bis zehn Jahre den Zeitraum angucken, schon vorstellen, dass wir eher einen staatlicher geprägten Kapitalismus haben. Wenn wir uns auch mal China angucken, da ist das ja wesentlich stärker. Aber die USA, die gehen jetzt ja auch den Weg der Industriepolitik beispielsweise, wo es eben massive staatliche Investitionen in Infrastruktur, in die Hinwendung zu erneuerbaren Energien zumindest auch langfristig gibt. Und in Europa gab es ja auch während Corona dieses Infrastrukturprogramm oder dieser Corona-Fonds, den man aber zu einer Art Infrastrukturfonds ja auch umdichten will oder das sogar schon gemacht hat. Aber wir sind auf jeden Fall noch weiter hinterher. Aber ich sehe nicht, dass der Staat da eine schwächere Position einnehmen wird. Also ich kann es mir nicht vorstellen, weil es einfach super, also es wäre einfach auch aus Sicht derjenigen, es wäre irrational. Also wenn man das System stabilisieren will, dann muss ja prinzipiell der Staat stärker involviert sein. Ja, in die gleiche Richtung geht ja auch das 100 Milliarden Euro Sondervermögen, mit dem die Schuldenbremse jetzt quasi ausgeschaltet wurde. Also juristisch wird sie eingehalten, aber de facto ist sie damit, ja, Geschichte. Aber ja, das ist der Punkt. Wir wissen eben nicht, was passiert. Das wird in den nächsten Jahrzehnten spannend zu beobachten, inwieweit allein dieser systemische Zwang, dass die Unternehmen Netto-Sparer sind und die Staaten sich immer weiter verschulden müssen, damit die Wirtschaft nicht rumpft, inwieweit dieser systemische Zwang zu einem immer weiter steigenden Staatsanteil führen wird. Und da gibt es noch einen anderen Prozess, der auch in diese Richtung deutet. Durch den demografischen Wandel werden die Ausgaben für Kranken- und Rentenversicherung immer weiter steigen. Und das wird man wohl nur durch steigende Staatsausgaben hinbekommen. Das heißt, auch hier deutet alles darauf hin, dass der Anteil des Staates, jedenfalls so lange, wie es keinen drastischen Sozialabbau geben sollte, das soll ja vorkommen, solange das nicht der Fall sein sollte, wird der Staatsanteil allein dadurch automatisch weiter steigen. Genau. Aber da hast du, finde ich, was ganz Richtiges gesagt. Wir wissen eben nicht, was passiert. Wir haben 2019 alle auch nicht gedacht, dass wir 2023 in der Situation wie heute sind. Also innerhalb von drei, vier Jahren kann sich so unglaublich viel verändern, dass wir eigentlich gar nicht wissen, was wird 2030 genau sein. Also es ist wirklich verrückt. Es kann in die eine Richtung gehen, es kann aber auch in die komplett andere Richtung gehen. Um jetzt allerdings noch mal einmal den Bogen zurückzuschlagen, ich finde am Kapitalismus, also das finde ich sehr interessant, dass wir es ja hier mit einem dynamischen System auch zu tun haben. Ich meine, wenn wir uns mal in die Zahlen begeben und uns mal anschauen, ja was ist denn so die letzten 2000 Jahre wirtschaftlich so passiert, auch was das Wachstum angeht, da hatten wir ja im Prinzip, also wir hatten ja keine Wachstumsgesellschaften, also keine dynamischen Wirtschaftssysteme. Wir hatten ja faktisch eine Stagnation auch in der Zeit. Ich habe da vor ein paar Wochen mal in einer Vorlesung in der Uni so ein paar Statistiken haben wir uns angeguckt, wo man wirklich sieht, dass die ganze Zeit diese Kurve einfach sehr, sehr flach am Boden ist und dann so in den letzten 250 Jahren geht sie exponentiell dann am Ende nach oben. Und das ist ja durchaus eine Dynamik, die man so zuvor nicht gesehen hat. Ja, der Kapitalismus war auf jeden Fall ein wirtschaftlicher Fortschritt. Das würde, glaube ich, niemand bestreiten. Und war auch, wenn man jetzt 200 Jahre später bilanziert, definitiv ein gesellschaftlicher Fortschritt. Ohne jetzt zu weit ausholen zu wollen. Wir sitzen hier mit technischen Geräten und nehmen irgendetwas über das Internet auf. So einen technischen Fortschritt gab es, wenn man davor, also vom Jahr 1800 zum Jahr 1600 gibt, ja nicht mal ansatzweise. Also dass der Kapitalismus das System ist, das am schnellsten Innovationen und Wohlstand erzeugt im Vergleich zu allen vorherigen Systemen. Das ist, glaube ich, uns weiter. Genau. Und ich finde es da aber nur auch wichtig zu benennen, dass eben der Kapitalismus auch irgendwann historisiert sein wird. Also er wird nicht das Ende von allem sein. Es sei denn natürlich, es beginnt jetzt, was wir alle nicht hoffen, nächste Woche ein Atomkrieg und die Menschheit ist Geschichte. Ja, dann war der Kapitalismus das Ende. Aber ich denke, das wollen wir alle nicht. Da hoffen wir, dass das alles nicht passiert, dass wir da doch Leute die Entscheidungen treffen, die eine gewisse Verantwortung auch spüren. Und da würde ich nämlich einmal gerne auf dieses Thema Kapitalismus und Armut umschwenken wollen. Weil ich habe mir nämlich ein, zwei Mythen aufgeschrieben, die dir gerne erzählt werden, zum Beispiel von so einem Dr. Dr. Rainer Zittelmann und anderen. Und ich habe mir da ein bisschen was aufgeschrieben. Ich würde dementsprechend mal eben, wenn das in Ordnung ist, kurz ausfuhlen. Ja, Tag vor, Tag vor. Ich wollte nur mal kurz anmerken, da gab es heute Morgen eine gute Folge von Wohlstand für alle. Also wenn das Video rauskommt, wird das wahrscheinlich etwas länger her gewesen sein, als heute Morgen. Aber die möchte ich auf jeden Fall empfehlen und die werde ich auch im angepindenden Kommentar verlinken, Habe ich auch in meinen Notizen drin. Es ist die Folge 189 für alle, die es nochmal genau wissen wollen. Und ich würde, oder es wird gerne ja gesagt, ja, der Kapitalismus hat ja Milliarden Menschen aus der Armut herausgeholt. Wenn wir uns mal angucken, 17., 18. Jahrhundert und heute. Ich würde aber erst mal gerne den Punkt machen und sagen, dass viel entscheidender die Industrialisierung eigentlich war, um eben zu erklären, warum es Menschen heute wesentlich besser geht, als noch vor 300 Jahren. Und wenn wir uns mal die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg angucken, dann muss man ja mal sagen, man kann ja mal die BRD und die DDR gegenüberstellen, dann waren, also doch bis in die 60er Jahre, die Wohlstandsentwicklungen sind gar nicht so weit auseinander gewesen. Also man hat doch in den Ostblockstaaten bis zu einem gewissen Punkt es mit der planerischen Wirtschaft geschafft, die Industrialisierung massiv nachzuholen und in einzelnen Bereichen auch den Westen durchaus zu überholen. Am Ende kam dann ein Punkt, wo es alles nicht mehr funktioniert hat. Aber auch hier muss man sagen, es hat bis zu einem gewissen Punkt eben doch geklappt. Die Wohlstandsgewinne, die es ja heute gegeben hat und gibt, die sind aber ja auch vor allem zumindest bis zum Jahr 2000, sag ich mal, und auch heute noch im Westen vorgekommen und gewesen. Also wir sehen, dass beispielsweise Westafrika immer noch in einem sehr neokolonialen Abhängigkeitsverhältnis zu Frankreich sich befindet. Und dass wir in Afrika generell, aber auch in Südamerika, Amerika, Staaten haben, die zum Großteil einfach als Rohstofflieferanten dienen und wo es der Normalbevölkerung, denen geht es dadurch gar nicht unbedingt zwangsläufig wesentlich besser, als das vielleicht noch vor 200 Jahren so der Fall war. Wenn man sich mal Argentinien als Beispiel herausnimmt, ich habe da letztens, ich kann dir den Link nachher mal schicken, ein sehr interessantes Video gesehen, dass Argentinien im 19. Jahrhundert eines der, vom BIP gesehen, eines der wohlhabendsten Länder war. Aber wer hat denn dort die finanziellen Mittel, wer hat den Wohlstand bekommen? Das war vor allem eine oligarchische Oberschicht. Man hat davon profitiert, dass man landwirtschaftliche Erzeugnisse exportiert hat, aber am Ende hat davon die Normalbevölkerung gar nichts bekommen oder wenig bekommen. Es gab den Sonderverträge mit Großbritannien zum Beispiel, die haben dafür gesorgt, dass die Arbeiterrechte auf einzelnen Farmen und in Fabriken, die dann eben für Großbritannien bestimmt waren, da gab es diese Arbeitsschutzrechte gar nicht. Und man war mit vielen Produkten am Anfang einer Wertschöpfungskette, aber der große Wert wurde dann am Ende in den Industrienationen geschaffen. Und hier sieht man, dass man auf der einen Seite Staaten hat, die vom Kapitalismus sehr profitiert haben, die westlichen Industriestaaten. Auf der anderen Seite hat man aber auch wiederum Staaten wie Argentinien, die ja auch kapitalistisch geprägt sind. Aber da haben sich die Großgrundbesitzer einfach gesagt, ja, die Profite, die streichen wir ein. Die geben wir nämlich gar nicht weiter. Und die Leute waren dann nicht in der Lage, das zu erkämpfen. Und so kann man, glaube ich, auch mal ganz gut festhalten, dass es eben nicht so ist, dass der Kapitalismus als über allem stehenden System irgendwie durch Marktgleichgewichte oder Gleichgewichte dafür sorgt, dass alle am Ende durch so einen Trickle-Down-Effekt auch noch mehr bekommen. Und wenn man sich einmal anguckt, dass ja gerne gesagt wird, ja, in den letzten Jahrzehnten, da sieht man doch, dass die absolute Armut massiv zurückgegangen ist. Da muss man sagen, heute bedeutet absolut arm ist jeder, der weniger als 2,15 Dollar pro Tag bekommt. Das ist die Definition der Weltbank. Wenn man diese Definition der absoluten Armut einmal auf ein Land wie Deutschland anwendet, muss man sagen, ja, dann haben wir in Deutschland ja gar keine Armut. Laut dem wäre ein Bettler auf der Straße nicht arm. Und da sehen wir schon die Problematik eben an dieser Zahl der absoluten Armut, weil sie nicht einmal zwingt, hinhaut für ein beispielsweise jetzt Industrieland wie Deutschland. Auch gibt es viele Tricks. 10% Steigerung dieses Wertes sorgt alleine dafür, also von diesen 2,15 Dollar. Wenn man diesen Wert um nur 10% erhöhen würde, dann wären direkt 70 Millionen Menschen mehr, die laut der Statistik in der Armut drinstecken würden. Das heißt, wir haben es hier damit zu tun, dass man mit statistischen Tricks und mit festgesetzten Zahlen dafür auch sorgen kann, dass es einfach wesentlich besser aussieht, als es ist. Machen wir es doch mal konkreter. Wenn man die Armutsgrenze jetzt bei 13 Dollar ansetzt, dann wären zwischen 1980 und 2019 nur 3% der Weltbevölkerung aus der absoluten Armut geholt worden, wenn man die Armutsgrenze jetzt bei 13 Dollar pro Tag angesetzt hätte. Die Armutsquote wäre dann von 71 auf 68% gefallen. Und in absoluten Zahlen wären jetzt über eine Milliarde Menschen mehr in absoluter Armut. Also ich finde, das zeigt ziemlich deutlich, dass diese Armutsgrenzen, je nachdem wie sie gesetzt werden, von jeder politischen Seite so genutzt werden können, wie man sie halt nutzen will. Und vor allem selbst dieser, wenn man sich jetzt diese etwas großzügigere Grenze ansieht, diese geringe relative Abnahme der absoluten Armut. Selbst diese geringe Abnahme ist größtenteils China zu verdanken. Deswegen schreibt der Ökonom Patrick Katschumarik, aus dessen Thread ich hier auch gerade diese Information habe, dazu Folgendes. Fest steht, marktradikale Kapitalismusverfechter können sich bei einer kommunistischen Partei bedanken, dass sie etwas haben, womit sie durch die Welt touren können. Also damit meint er jetzt die kommunistische Partei Chinas. Und ich werde auch diesen Thread in den angepinnten Kommentar packen, damit den sich jeder selbst ansehen kann. Da wird ein bisschen, ja, über diese Armutsstatistiken aufgeklärt, inwieweit die einzelnen Armutsgrenzen, je nachdem diese Statistiken manipulieren können. Und das wurde ja auch heute in der Wohlstand für alle Folge schon gesagt, vier Länder machen 98 Prozent der Gesamtabnahme der absoluten Armut in den letzten 40 Jahren aus. Vier Länder. Das bedeutet, in weiten Teilen Afrikas und Südasiens hat es so gut wie keinen Fortschritt, beziehungsweise in einigen Regionen sogar einen Rückschritt gegeben. Und China ist ja da das super Beispiel, weil wir eben eine sehr kensianisch geprägte Politik gemacht haben. Mit einem festen Wechselkurs, mit riesigen staatlichen Investitionsprogrammen, mit einer vernünftigen Lohnpolitik und so weiter und so fort. Also China ist ein super Beispiel dafür, dass man eben nicht einfach nur alles deregulieren muss und öffnen muss, sondern das Kapitalverkehrskontrollen, ein fixer Wechselkurs und eine Notenbank, die eng an der Leine der Politik ist, durchaus von Vorteil sein können, wenn man die absolute Armut reduzieren will. Ja, ich würde noch mal einmal auf diese 13 Dollar nämlich gerne eingehen. Das ist jetzt auch keine aus der Luft gegriffene Zahl, sondern das wird eben auch von Leuten, die das erforscht haben und eben auch bei der Weltbank publiziert haben, gesagt, man braucht diese 13 Dollar, um dauerhaft aus der Armut herauszukommen. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendeine willkürlich genannte Zahl von uns, sondern das ist ein Wert, den man erreichen muss, um dauerhaft der Armut entfliehen zu können. Und vor dem Hintergrund ist das doch ein wesentlich realitätsnäherer Wert als diese 2,15 Dollar. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren Corona gehabt, wir haben auch generell immer noch die Klimakrise, die akut und aktuell ist, und den Ukraine-Krieg. Wir sehen, dass seit 2019 die Armut sogar wieder zunimmt, eben aufgrund dieser Krisen, die es gibt. Und wenn man in die Zukunft schaut, dann werden die Krisen ja nicht weniger. Allein, was da der Klimawandel noch für viele arme Länder bedeuten wird, dort wird es ja am stärksten auch zuschlagen. Und wenn man ein afrikanisches Land hat, ja gut, wo die Leute natürlich dann irgendwo auch Lohnsteigerungen haben, aber weil es einfach schlichtweg so heiß ist, dass man ohne Klimaanlage nicht mehr leben kann, ja dann geht ja ein großer Teil dieser Lohnzuwächse, die gehen ja direkt wieder weg, indem man die Folgen, die vor Ort sich befinden, in Folgen des Klimawandels einfach abfedern muss. Und gut, dann hast du auch keine große Lebensqualität zusätzlich gewonnen. Ja, das ist auch noch ein Punkt. Und mein letzter kleiner Punkt vielleicht zu dem Thema wäre, dass man ja viele Dinge, die wir hier heute als Wohlstand auch begreifen, zum Beispiel, dass wir ein Wochenende haben, dass wir geregelte Arbeitszeiten vorfinden oder dass es auch Mindestlohnungsgesetze gibt, das sind ja Dinge, die sind gegen den Kapitalismus erkämpft worden, durch Gewerkschaften beispielsweise, durch Demonstrationen auch auf der Straße. Da gab es ja die Gewerkschaftskampagne, am Samstag gehört Fatimir, in den 50ern, ich glaube, in den 50ern war das. Und das sind ja nicht Dinge, bei denen die Unternehmer gesagt haben, ja, wir schenken euch das jetzt. Nee, das wurde ja erkämpft gegen den Willen der Unternehmer. Und das sollte man auch nochmal stärker, finde ich, herausstellen. Ja, da würde ich dir jetzt widersprechen. Gegen den Willen der Unternehmer, aber nicht gegen den Kapitalismus. Also der Kapitalismus, der ist in der Zeit tatsächlich stärker gewachsen. Das stärkste Wachstum in den westlichen Industrieländern sahen wir zwischen 1950 und 1973. Also eben in dieser Zeit, wo der Sozialstaat so massiv ausgebaut wurde, wo diese Reallöhne so stark stiegen. Also das schadet dem Kapitalismus, also ja überhaupt nicht, wenn die Löhne schneller steigen, wenn der Sozialstaat ausgebaut ist. Sondern ganz im Gegenteil, dann gibt es mehr Nachfrage und damit wächst die Wirtschaft schneller. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Genau, da würde ich dir grundsätzlich zustimmen. Nur hat man natürlich damals nach dem Krieg in Europa nochmal eine andere Situation gehabt. Also ja, das ist auch ganz spannend. Die Industrieleistung in Deutschland war nach dem Zweiten Weltkrieg beispielsweise höher als vor dem Zweiten Weltkrieg. Das große Problem war, dass die Straßeninfrastruktur zum Großteil zerstört war. Dadurch konnte man eben auch so schnell wieder aufbauen. Aber es gab dann ja auch den technischen Fortschritt in dem Sinne, dass es Kühlschränke denn massenweise gab, Fernsehgeräte und andere Dinge. Heute ist es ja nicht mehr so, dass sich innerhalb von fünf Jahren irgendwie die Hälfte der Bevölkerung ein neues Auto oder einen neuen Kühlschrank oder einen neuen Fernseher kauft, würde ich zumindest jetzt behaupten, ohne die Zahlen genau nachgesehen zu haben. Ja, aber technischer Fortschritt schafft kein Wachstum. Also wenn die Wirtschaft produktiver wird, wenn mehr Kühlschränke produziert werden können, dann muss diese Kühlschränke irgendwer nachfragen. Davon, dass sie existieren, schaffen sie noch kein Wachstum. Also sie werden produziert und wenn sie dann keiner nachfragt, weil die Löhne nicht gestiegen sind, weil die Sozialleistungen, weil die Renten nicht gestiegen sind, ja, dann stellen die Unternehmen die Produktion wieder ein beziehungsweise fahren sie zurück. Das bedeutet dafür, damit der Kapitalismus so stark wachsen kann, braucht er stark steigende Nachfrage. Und das ist nur mit staatlichen Interventionen, mit einer vernünftigen Lohnpolitik möglich und geht nicht einfach so, wenn man alles dereguliert, wenn man alles flexibilisiert. Genau, da stimme ich dazu. Der Fortschritt alleine sorgt nicht für Wachstum. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ja, da stimme ich dir zu. Mein Punkt war nur der, dass man damals diese Nachfrage, also ich würde zumindest behaupten, dass wir heute einfach nicht mehr diese Nachfrage nach diesen Produkten haben, weil wenn dieser, also in diesem Umfang, weil es musste sich nicht, oder es musste sich heute nicht jede Familie, innerhalb von fünf Jahren aus ganz Deutschland, kauft sich jede Familie einen neuen Fernseher oder Auto oder eben einen neuen Kühlschrank. Das war damals nochmal eine andere Situation. Und mein Punkt war ja, dass dieser Urlaubstag, der Samstag, also ein weiterer Tag, Wochenende, dass der ja für eine Profitmaximierung für ein Unternehmen, denke ich mal, erst mal, gut, Branchen, ja, gibt es Partikularinteressen. Gut, einige werden davon auch profitieren. Müsste man mal schauen, wie das gesamtwirtschaftlich oder gesellschaftlich war, bin ich... Die Gesamtwirtschaft wird dann weniger hergestellt, wenn die Arbeitszeit sinkt, aber da die Produktivitätszügex eben so viel schneller waren, da die reale Wirtschaftsleistung so viel schneller wuchs, wurde insgesamt mehr produziert, obwohl weniger gearbeitet wurde. Das ist übrigens auch ein Prozess, der in den 80er Jahren zum Erliegen kam. Die durchschnittliche Arbeitszeit ist bis dahin durchgängig gesunken und seitdem stagniert sie wieder. Also seitdem hat es so gesehen keinen Fortschritt mehr gegeben. Keynes prognostizierte im Jahr 1930, dass, ja, seine Urenkel in 100 Jahren irgendwann einmal nur 15 Stunden am Tag arbeiten würden. Also das war so eine Prognose, die über 100 Jahre ging und damit lag er nach allem, was wir heute wissen, ziemlich falsch. Die Arbeitszeit liegt immer noch bei nahe 30 Stunden am Tag und nicht bei 15 Stunden, wie von ihm prognostiziert. Du meinst in der Woche, oder? Du meinst in der Woche, weil du sagst gerade am Tag. Am Tag, ey, ich meine in der Woche natürlich. Ja, also mir ist das klar, nur damit die Leute keine Fragezeichen im Kopf haben. Ja, ja. Ja, aber passiert, ist ja alles entspannt. Ja, das liegt daran, dass seit 1980 dieser Trend wieder stagniert, weil die Gewerkschaften da geschwächt wurden, weil der Staat seitdem keine strengeren Arbeitszeitgesetze eingeführt hat, sondern weil da wieder die Partikularinteressen der Unternehmen bedient wurden und damit, ja, ist die Wirtschaft krisenanfälliger geworden, das Wirtschaftswachstum wurde geringer und die Unternehmen sind mittlerweile netto sparer. Das bedeutet dadurch, dass man versucht hat, ihre Profite kurzfristig zu steigern, hat man sie letztlich aus ihrer Rolle, der investiert, herausgedrängt. Und die Unternehmen sparen jetzt und damit muss automatisch, und da werden wir wieder bei dem, was wir am Anfang ansprachen, der Staat muss diese Lücke füllen. Ich würde vielleicht noch mal gerne ein kleines Thema, also wirklich nur im kleinen Rahmen anschneiden wollen, aber das habe ich in persönlichen Gesprächen ab und zu mal mitbekommen und tatsächlich auch, wenn ich mich mit linken Leuten unterhalten habe, dass doch die Annahme, ich kann jetzt keine Zahl sagen, wie weit sie verbreitet ist, aber ich habe es zumindest im privaten Rahmen häufiger mitbekommen, dass der Zins ja die Ursache allen Übels ist, dass der Zins eben die Ursache eines Wachstumszwanges wäre und wenn wir den Zins abschaffen würden, also Zins verbieten würden, dass es dann ja automatisch nicht weiter zu einem Wachstum kommt. aus meiner Sicht erkennt das aber ein bisschen die Ursache und eben die Folge oder die Wirkung des Ganzen, weil der Kapitalismus, wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen, wie diese Wettbewerbslogik eigentlich da zu einem Wachstumszwang in dem Sinne schon führt. Wie würdest du das einordnen? Ja, das ist Quatsch, es wäre genau andersrum, wenn wir die Zinsen senken würden, wäre übrigens eine super Idee, wäre ich sofort dabei, Zinsdauer bei Null fixieren, dann würde alles schneller wachsen. Also die Unternehmen hätten dann eher einen Anreiz zu investieren, sie hätten auch sichere Kreditbedingungen. Wenn wir einfach die Zinsen dauerhaft auf Null setzen würden und die Zinsen für Unternehmen hätten ja immer noch einen Risikoaufschlag, aber dann hätten Unternehmen bessere Bedingungen, um Kredite aufzunehmen und könnten eher investieren. Unternehmen entscheiden nämlich, ob sie investieren anhand des Kapitalwertes einer Investition. Dessen Berechnung jetzt genau zu erklären, wäre glaube ich etwas kompliziert, aber grundsätzlich müssen Investitionen abgezinst werden, entsprechend der zukünftig zu erwartenden Einnahmen, die Unternehmen natürlich nie genau wissen kann, da es nicht weiß, wie sich die Nachfrage in den nächsten Jahren entwickelt wird, aber diese zumindest erwarteten Einnahmen müssen abgezinst werden und je niedriger der Zins ist, desto mehr sind die Einnahmen am heutigen Tag wert. Das heißt, je niedriger der Zins, desto höher ist der Kapitalwert einer Investition und desto eher wird die Investition durchgeführt. Also niedrige Zinsen sorgen nicht für weniger Wachstum, sondern für mehr Wachstum. Genau. Und mein letzter Punkt zu dem Thema, den ich auch ganz wichtig finde, ist, dass diese Überlegung aber auch durchaus anschlussfähig an antisemitische Gedankengänge ist, weil häufig kommt ja dann dieses, das ist verrückt, das habe ich auch häufiger mitbekommen, dass man dann natürlich denkt, ja, da kommen einen Namen wie Rothschild. Die Banken, die dann ja durch eben ihre Zinsknechtschaft etc. eigentlich alles nur schlechter und schlechter machen und da kann man, wenn man sich nicht, oder wenn man auf die, ich sag mal, falschen Seiten auch im Internet oder auf die falschen Kanäle kommt, da kann man ganz, ganz schnell auch in eben so einen Antisemitismus reinrutschen. Das würde ich als so kleine Warnung gerne nochmal einmal hier in den Raum stellen, weil ich das schon ganz wichtig finde. Ja, ich kann dazu auch nur die Folge von Wohlstand für alle empfehlen, dazu haben die auch eine eigene gemacht. Die werde ich auch im angepinnten Kommentar verlinken.